Gestern waren wir mal bis um 1 Uhr nachts wach, beziehungsweise halb zwei und dachten, wir fahren dann schnell rüber, wenn alles zu hat. Und dann haben uns da so ein paar Motorradfahrer noch berichtet, die dort fünf Stunden wohl gewartet haben, dass die quasi zugemacht haben am Nordkap. Aber da muss irgendwie so ein Clubschiff angekommen sein, so AIDA oder so was. Und dann hatten die extra für die Offen. Naja, hat es jetzt auch nicht mehr gelohnt, da hätten wir noch ein bisschen frei um morgens warten müssen. Aber da haben wir gesagt, der ist zu viel, da sind wir doch schlafen gegangen und haben es jetzt probiert. Aber da probieren es jetzt. Wir haben jetzt 7.36 Uhr und Eintritt bzw. die Kassen, die machen erst um 9 Uhr auf. Ja, wir hoffen, dass wir jetzt irgendwie mal so reinkommen und sind auch total müde und verschlafen. Und ja, einfach mal schauen, wie es wird. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020